Gute, jetzt haben wir zu viel. Soll ich dann mal die Strecke hier ein bisschen länger zählen? Ja, ne? Er freut sich. Er find's schön. Ich glaube, muss ich hier in die Mitte stellen. Hier ist es nämlich am effektivsten, oder? Ah, ne, ist nicht, schade. Okay, ich glaube, ich hab grad perfekt aus dort hingebaut, wo ich's brauch. Ach, egal. Ja, aber immerhin, wir haben hier schon mal groß gebaut, ne? Ja. Weil hier links neben dran müssen wir dann die ganzen Sachen nie von wegen... Na, ich glaub, ich glaube, es wäre schlauer, wenn wir sagen, wenn ich das Kupfer quasi über dem Eisen sein sollte. Oder? Ähm... Was meinst du, über? Ach, quasi, dass da nochmal eine Viererstrecke über dem Eisen wäre. Ach so, hier neben quasi. Ja, genau. Ja. Na gut, dann können wir gleich nochmal alles abbauen, was wir gebaut haben. Ja. Wobei, eine Viererstrecke wird's ja gar nicht. Wird ja nur eine Dreierstrecke, höchstens. Jetzt können wir ja noch weiter bauen. Na ja, wir haben ja noch unten Platz, höchstens. Ja, ist nur ein bisschen Wald im Weg. Bisschen ist gut. Ich würde sagen, wir lassen hier zwei Plätze frei für... Keine Ahnung, damit man Tunnel machen kann und sowas. Mhm. Tunnels. Dann hier, ähm, also, was sie... Eins, zwei... Zwei freilassen. Dass ab hier anfängt. Oder... oder doch drei... doch drei, oder? Irgendwie wird man's gebrauchen können, oder? Ja. Irgendwie wird man's gebrauchen können. Definitiv. Besser ist es so. Besser ist es so. Und hier würden wir auch nochmal ein Pfeil freilassen. Das ist ja auch alles weg. Oh. Sagen wir ab. Hier darf's dann überhaupt weitergehen. Ja. Ja, gut. Kann ich mal so. Äh. 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 Ja. Ah. Ich brauche mal hier schon mal direkt zum Anfang diesen Stapler hin. Vielen Dank. Dann war es wieder das Problem mit dem Stein. Jetzt begegnen wir uns echt noch zu häufig, ne? Aber ist alles gut. Ist das irgendwo ein Tunnel, der noch nicht verbunden ist? Ja. Wo? Also ich habe einen eigenen einzelnen Tunnel, sagen wir so. Ich auch. Ja, ich weiß. Ich lege den mal hier in die Kiste, okay? Wo es gerade drinnen ist. So. Der stellt mich nämlich auch so langsam ein wenig. So, ich denke die ganze Zeit, ach, ich habe nur noch einen, Andi habe ich doch nicht. Nein. Ich lege den mal hier. Was gut ist, dass die Sachen jetzt sogar schon geordnet sind, ne? Was machen wir so? Der ganze Kupfer. Ach so, ja. Ist gleich aufgeteilt. Das heißt, es fällt überhaupt gar nicht auf, dass wir da irgendwie... Das ist richtig. Das heißt, es fällt überhaupt nicht auf, dass wir da nicht auf, dass wir da nicht auf, dass wir da nicht auf. Amen. Amen. Geht das so? Oh, das geht sogar perfekt. Dann. Ja, dann. Kehrt rum. Hm. Was ist los? Ich habe gerade etwas falsch gebaut, von wegen, dass der... also quasi das wohl eigentlich... Na egal, dann mache ich das doch so. Ich habe gerade etwas falsch gebaut. Ok. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab einen Plan. Er hat einen Plan. Er ist gläubig und hat einen Plan. Ich fang erst doch. Fang ich das an. Ich fang jetzt hier an. Heute wieder richtig gut drauf. Ja, was? Was? Immer? Immer. Immer. Außer wenn ich bei Black Ops von Idioten umzingelt bin. Dann nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ach so. Sobald man die einfach umdrehen können und nachher ist man quasi schon direkt hier auf, dass man den Stahl produzieren kann. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wie man die einfach so umdrehen soll. Das weiß ich auch nicht. Weil irgendwo muss ja noch die, äh, die Kohle her. Ja. You know? Ja, I know what I mean. Äh, what do you mean? Äh. Ich weiß auch nicht. was langt der teuer auch Na gut, passt ja so und... Na gut... Warte, warum wird der in der Mitte so viel abgepumpt und vom Rest nicht? Muss man das jetzt verstehen? Von der Mitte abgepumpt? Was meinst du? Egal... Ey, hier von wegen, dass in der Mitte am meisten Eismissack fehlt und die anderen voll waren Das ist, weil das Erz noch nicht zu der Reihe hingeflossen ist Doch, aber das wird ja quasi gleichzeitig verteilt Ist ja scheißegal, wo das hingeflossen ist sogar, wo nicht Wenn hier vorne ein einziges den Ring kommt, wird von allen Seiten überall gleich viel verteilt Ja, normalerweise Ja Normalerweise Fragen wir, der Schulpatronenschaden nicht weitergemacht? Oder doch, oder? Ja, würde... Was bringt eigentlich... Ah ja genau, was braucht man für... Der wird nicht... Doch, wird eigentlich... Doch, wird er... Äh, ich würd sagen... Ich mach... Was machst du gerade? Machst du gerade irgendwas? Sag mal so Äh, ich... Sage... Der Produktion... Was zu tun oder wie? Dass sie rote Flaschen produzieren und so Okay Äh... Von anderen Seite... Könntest du machen, dass... Äh... Wir quasi... Grüne produzieren Ja, ja, kann ich gleich tun Hier muss dann quasi... Und, äh... Hier vielleicht noch die... Oder das kann ich auch gerade schnell machen Ähm... Mh... Ne... Doch, muss es... Was? Für die Grünen Ja, das ist schon klar, aber... Ich... Ich will... Dann... Braucht man ja einmal Greifarme Und... Bitte? Was musst du da für die rote hin? Was? Für die rote? Ey, für die roten, damit da... Zahnräder produziert werden können Ach so... Ach, das ist für die Zahnräderproduktion Okay... Ich hätt... Ich hätt das anders aufgezogen hier gerade Deswegen war ich... Ich hab verwirrt Ach so, wie denn? Ne, ich hätte... Für... Ähm... Ja, müsste ich mir jetzt selber mal eben kurz überlegen Ich hätte jetzt für... 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 Zwei rote einmal Zahnrad produziert, quasi Ja, mach ich ja auch Ich mach für... Ich mach einmal Zahnrad für... Man kann sogar für zehn rote einmal Zahnrad machen Reicht? Ja, ja, reicht Ach so, okay Und das muss ich umtauschen Das muss hier hin und... Das... Sehen... Weil halt die roten werden in 0,5 Sekunden gemacht Und die... Äh... Zahnräder werden in 5 Sekunden... Äh... die roten... Ne, die Zahnräder werden in 0,5 Sekunden gemacht Und die roten Flaschen in 5 Sekunden Also ja, reicht für zehn Stück Man denkt dann, versuch's dann, die Grünen am besten so zu bauen, dass man's auch immer erweitern kann Ja, schon klar Weil... Die Grünen müssen ja hier rauf geführt Das ist scheißegal, wo die hin müssen Die auf das erste, auf das zweite kommen Ja... Es wär halt nur praktisch, wenn die da irgendwie hinkommen können, dass man dann später das letzte einfach hochziehen kann Und dann da irgendwie... Ja... Es wär halt relativ praktisch Ich mein, das mit dem E, also es geht immer noch klar, egal was man tut, aber... Jo... Ähm... Wie geht das hier nicht voran, so? Deswegen wahrscheinlich, ja... Ah, daran liegt das Weil die hinten nicht mit so viel... Ja, okay, gut Das gibt dann natürlich Sinn Ja, komm klar mit deinem Leben Muss ich noch überlegen Du damit klarkommen willst? Jaja Achso... Ähm... Ich... Ich mach nur 10 Stück glaub ich mehr Ja... Ja gut Kupfer... Können wir ja auch mal einen Truhen füllen lassen, oder? Ähm... Ja Sag mal... Jetzt das dritte Mal jetzt... So... Ähm... Das Zeug braucht das... Wir müssen noch irgendwas erforschen... Weil ich kann... Ja... Ich kann die... Normalen elektrischen Greifarme noch nicht in der Fabrik produzieren Okay, warte, du kannst... Welche ich wie jetzt? Die... Achso, ja dafür braucht man Logistik 2 dann... Richtig Fisch... Automatisierung 2... Ja, okay, warte Ähm... Ja genau... Äh... Das ist alles... Das ist alles... tumorigerweise... Das ist alles... Engel 18676... Tıts... Schlag... Zieh... ... Tis... Tut... Trud... Z... 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 Die Verteile sind echt praktisch. Ja. Oh, unsere Verschmutzung breitet sich sehr nach rechts aus, das sind die Kraftwerke. Und da haben wir noch nichts erforscht. Das ist egal. Ja, sag das nicht. Ey, den Angriff, ach verdammt. Ja, eben. Naher geht das los und dann stehen wir da auf dem Schlauch. Ach nett. Kacke. Hallo. Wie geht's denn euch? Wir wollten ja keinen Stress. Keine Ahnung, ob das gerade schlau ist, was ich hier baue, aber ich baue es einfach mal. Ich glaube, das ist gerade nicht mal so dumm. Oh, komm, das passt so. Mit dem Eisen wird fast vollständig produziert. Klingt doch schon mal nicht verkehrt. Ja. Ja. Die, die nicht benutzt werden können, nicht. Weil die ganzen Linien voll sind. Weil... Weil... Zu wenig weg machen. Vollbaum. Ne, weil die Truhen voll sind. Ne, weil die Truhen voll sind. So. Na ja gut. Ich brauchte doch für den Satellit 3200 Kupfer, ne? Ne, eine Eisenkiste passen. Ne, eine Eisenkiste passen 2300, äh 3200. Ja. Woll ich mal gesagt haben. Das ist gut. Ich brauch dringend, dass ich verbesserte da. Naja. Ähm. Hm? Okay, gut. Egal. Hm. Ich dachte, dass du das falsch rum machst. Falsch rum? Äh, hast du noch Stein? Ähm, nicht. Warte. Ne. Überhaupt nichts mehr. Ach, verdammt. Aber ich hab noch 8 Öfen. Falls du Öfen brauchst. Ah. Ja, die kannst du hier oben hinstellen. Ne, aber ich brauch halt noch ein paar mehr. Ich sag mal so, wir haben ja schon mal die... Ich kann jetzt auch schon eine machen. Schroflinte, Maschinengewehr. Bisschen Muni. Äh, soll ich gar nicht die kompletten Stein mitnehmen, oder? Ähm. Ja, nimm mal mit. Fangen wir hier in die Kiste. Äh. Ähm. Du bist aber wieder ein kleiner Roboter. Bitte? Bist du? Okay. Jetzt geht's wieder. Du warst grad eben ein Roboter bei mir. Achso. Kurzen Moment. Jo. Hupala. Was denn? Er hat hier eben mein Inventar auf dem Boden ausgebreitet, weil ich keinen Platz mehr im Inventar hatte. Ich hab mich schon wieder... Ja, okay. Nicht so viel. Gut. Ich bin mal ganz kurz weg. Ja. Klug auf. Oh Gott, zum Ladekabel holen. Okay, gut. Also nach dieser Produktion haben wir erstmal genug Öfen, würde ich sagen. auch. Ich auch. Ey Quatsch, genug Stahl. Denk ich auch. Das war ja auf dem anderen bisschen an der Stelle, ne? Äh, ja, da war halt, mussten wir uns halt bemühen. Okay. 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 what are we gonna do? Did you paint you all? Typical? Tricks. Wowите? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und ich versuche hier immer noch anzuzapfen. Immer noch. Ja, zapft, Is. Ja, und ich versuche hier noch anzuzapfen. Irgendwie ist, glaube ich, so das perfekte Setup. Ja. Von wegen, dass man halt die Arme weglässt. Ja, ist nicht verkehrt. Wie ich hier ganz oben habe. Oh Gott, ich habe kein Eisen mehr. Das ist ja... Schrecklich, furchtbar. Ja. Ich warte jetzt die ganze Zeit händeringend darauf, dass Automatisierung 2 fertig wird. Was wärtest du? Hendrick? Hendringend. Ich habe gar nicht verstanden. Ich warte die ganze Zeit Hendrick darauf. Oh, es stinkt und sie mögen es nicht. Habe ich gerade als Achievement gekriegt. Bedeutet, das bedeutet, dass irgendwo Alien uns schnuppern. Weißt du noch nicht, wo? Na gut. Ich habe das Achievement noch nie bekommen. Ah, ähm, bei... Beim Kraftwerk. Die Wichser. Habe ich. Sehr gut. Die haben mir schon irgendwas zerstört. Ja, ein... Ein Turm. Ich habe aber auch schon einen Shot dran. Achso. So gefährlich werden mir die hier nicht, aber... Aber wir wissen ja schon immerhin schon mal, dass da irgendwo rechts jetzt was ist, ne? Die haben sich verraten, haha. Hm. Jetzt sind sie tot. Weißt du, in jedem normalen Spiel, wo es irgendwie so im Außerirdischen gibt, die nicht angreifen, und ein Jahr nicht zu deren Base. Hier, hier, aha, sie haben sich verraten, Attacke. Ja, ist doch normal, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir auch wieder hier Stahl. Sehr gut. Und davon eine relativ gute Produktion, die auch quasi jetzt hier neben dem Eisen ist. Also, kann man das jetzt ziemlich gut drüberlegen. So. Warum ist denn... Warum ist denn... Achso, ja. Hm. Warum ist denn... Warum ist denn... Vielen Dank. Vielen Dank. Ja genau, wir wollten... Ich wollte hier noch irgendwo hier Eisenkiste machen. Uuh, Automatisierung ist fertig. Ja und trotzdem kann ich den Arm noch nicht bauen. Ja, du musst ja... Du musst hier quasi eine Station 2 machen, weil in der Station 2 kann man ja nur so viele Teile machen. Das war der Grund, warum es nicht ging. Ach. Ja, weiß. Ähm, ich geh da mal ganz kurz hier. So, dann... So, so... Into... Eisenkiste. Was braucht nochmal die Munition? Und hier zwei, ähm... Die brauchen... Kupfer und Stahl, also... Das hier hier redet ich so ein... Ja, den kann ich dann gut... So machen, das kann ich dann einfach umbauen. Hier, bei der Schöne, das hier braucht man quasi... So... So... Okay... Okay... Okay, dann pulziere ich jetzt schon mal Munition. Okay... Das hier ist ja... Vielen Dank.